Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall. Ja, wir waren jetzt eigentlich verabredet zu einer Live-Sendung und zwar mit Jens Berger, einem Blogger und freien Journalisten, unter anderem tätig für die Taz und die Nachdenkseiten. Aber der Jens ist gerade nicht aufzutreiben, weder per Skype noch per Telefon. Ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen. Wir müssen das Ganze dann noch einmal auf einen anderen Tag verschieben. Bis dahin sage ich nochmal, dass Jens ein Buch geschrieben hat, das heißt Stress test Deutschland, wie gut sind wir wirklich? Und darüber gilt es dann eigentlich auch bei unserem Gespräch zu diskutieren. Unter anderem ist Deutschland ein Vorbild für Europa und was denn eigentlich jetzt hier im Wahlkampf vor sich ging, warum dann zum Beispiel das Euro-Thema völlig unter den Teppich gekehrt wurde, genauso wie die NSA-Affäre und dergleichen mehr. Da wollten wir halt den Deutschland-Tester Jens Berger drüber befragen und das werden wir dann eben an einem anderen Tag tun. Es tut mir leid, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Kann man nichts machen. Wir werden das nachholen. Und ich möchte mich entschuldigen bei euch da draußen. Und das Ganze runden wir jetzt ab, indem der Technikmann einen Musiktitel spielt, nämlich das Gedicht Heute Nachrichten. Aha, so sieht es natürlich aus. Und zwar, wie sieht es aus? Es sieht so aus, dass der Jens doch gleich kann. Wir haben ihn jetzt ausfindig gemacht in den Weiten des Internets. Und er wird uns gleich zugeschaltet sein. Und bis dahin hören wir jetzt nochmal einen kleinen Musiktitel. Und danach sind wir live zurück, und zwar mit Jens Berger. Bis gleich. So, oh, oh. Also, der Jens Berger ist jetzt gleich für uns erreichbar. Ich denke, er wird mir jetzt gleich zugeschaltet werden, falls das so ohne weiteres möglich ist, ohne dass wir nochmal an die Musik abgeben müssen. Also, ich rede einfach ein wenig weiter und hoffe, dass das jetzt gleich klappt. Hallo. Ja, hallo, Jens. Mensch. Warte mal, ich muss mal kurz meine Technik hier. Ja, mache das. Mache das. Wir hatten ja schon gar nicht mehr mit dir gerechnet. Wieso? Ja, weil wir nicht wussten, was genau ist. Ach so, wir hatten auch 18 Uhr gesagt. 18 Uhr hatten wir gesagt? Ja. Ich dachte, es ist 18 Uhr. Mensch. Ich werde 18 Uhr angetragen. Ah, die Zeitumstellung, du. Ich kenne, ne? Okay, pass auf, Jens. Aber können wir gerne schon vorziehen, oder? Ja, wenn das ginge. Wir sind nämlich jetzt live auf Sendung. Ach, verdammt. Echt? Ja. Wenn es ginge, würden wir das jetzt machen. Ansonsten... Ja, dann machen wir das doch. ...durch nochmal. Ja gut, dann machen wir das jetzt einfach. Ja. Lass mich dich kurz vorstellen. Der Jens ist ein freier Journalist, der sich insbesondere mit Politik und Wirtschaft beschäftigt. Das tut er unter anderem in der Taz, auf den Nachdenkseiten und auf seiner eigenen Webseite spiegelfechter.com. Außerdem hat er 2012 im Westend Verlag in Frankfurt am Main ein Buch veröffentlicht, welches da heißt Stresstest Deutschland. Wie gut sind wir wirklich? Und ich möchte unseren Zuhörern einmal sagen, was ich so für einen Eindruck hatte von dem Buch. Und zwar ist es so, dass man als Journalist öfters mal Freiexemplare bekommt. Das war auch in diesem Fall der Fall, als ich den Westend Verlag darum gebeten hatte. Und als ich dann das Buch gelesen hatte, hatte ich den Eindruck, wenn ich es jetzt gekauft hätte, würde ich es nicht bereuen. Und das sei mal meine Kaufempfehlung an euch da draußen, Freunde des Jungle Drum Radio. Jetzt ist die Frage, Jens, die Eingangsfrage, wie bist du da hingekommen, einen Stresstest Deutschland durchzuführen? Ja, also hallo Lars erstmal. Ich schreibe ja schon seit Jahren als Freiratsjournalist und als Blogger über Themen, die den Zustand Deutschlands betreffen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass meine Sicht vom Zustand Deutschlands sich anscheinend doch massiv von der publizierten Sicht unterscheidet. Man liest ja immer, man liest ja tagtäglich, wie gut es uns geht und wir sind Exportweltmeister, alles wunderbar. Aber wenn man da mal hinter die Kulissen guckt und sich nicht nur jetzt auf die wirtschaftlichen Daten bzw. die finanzwirtschaftlichen Daten wie die Entwicklung des Aktienindexes fokussiert, sondern sich beispielsweise mal Zahlen anschaut, wie die Zunahme der Leiharbeiter, die Zunahme der Leiharbeiter mit der prekären Beschäftigung, die Zunahme der Altersarmut. Und da hatte ich so im Kopf, Deutschland geht das doch gar nicht so gut. Und naja, da war dann die Idee in verschiedenen Bereichen, mal ganz einfach so Deutschland einen Stresstest zu unterziehen. Und ja, das Ergebnis halt in Buchform mal zu packen. Ist ja auch ganz interessant, so als Journalist und als Blogger. Was ja immer fehlt, ist der nötige Platz, um mal seinen Gedanken ausreichend Raum zu lassen. Weil das ist klar, wenn man zehnseitig Artikel schreibt, dann liest die kaum noch jemand. Und da ist das Buch eigentlich ein ganz gutes Medium für. Ja, und so kam das. Ja, unter anderem hast du dich mit den demokratischen oder nicht so demokratischen Zuständen in diesem Lande beschäftigt. Denkst du, da ist eine Krise vorhanden auf diesem Felde? Oder ist es zumindest ausbaufähig? Es ist definitiv ausbaufähig, ganz klar. Es heißt ja so schön, auch in der Verfassung, dass das Volk der Souverän ist. Davon merkt man bei der aktuellen Politik eigentlich relativ wenig. Es wird ja eine Politik gemacht, die komplett am Volk vorbeigeht. Aber ich meine, das Faszinierende ist ja, dass die Leute deshalb nicht auf die Straße gehen, dass die Leute deshalb jetzt nicht zum Protest aufrufen, weil sie es größtenteils überhaupt gar nicht merken, dass eine Politik gemacht wird in Deutschland, die gar nicht nach ihren Interessen ausgerichtet ist, sondern nach den Interessen ein paar reicher Leute, die ihren Profit steigern wollen. Und das geht natürlich dann auch wieder in das Mediensystem mit rein, diese Kritik. Ja, wie kommt es, dass die Bild-Zeitung, die meistverkaufte Zeitung in Deutschland ist und die Leute offenbar alles glauben, was dort steht? Wie kommt es, dass ein ehemaliges, angesehenes Nachrichtenmagazin wie der Spiegel seit mehreren Jahren größtenteils nur noch neoliberale Propaganda von sich gibt? Ja, wobei du ja dann auch der Ansicht bist, wenn jetzt der Herr Blome von der Bild-Zeitung zum Spiegel wechselt, dann kommt zusammen, was jetzt mittlerweile zusammengehört? Ja, da kommt zusammen, was zusammengehört. Ich nenne den Spiegel immer spaßeshalber Bild am Montag. Und ja, weil es ist eine leckere Zeit, dass der Spiegel vor allen Dingen halt in Wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen eigentlich nur noch so scheinkritisch, was dort Redaktionslinie ist. Das könnte auch genauso gut aus irgendeinem Wirtschaftsnahen Think Tank kommen. Grundsätzlich attestierst du in deinem Buch ein Versagen der Medien. Also das geht ja dann durch die Bank weg, oder? Ja, richtig. Und auch da muss man festhalten, ist klar, der Fisch stinkt immer vom Kopf her, wenn man sich da mal mit Kollegen unterhält. Es gibt ja unglaublich viele Journalisten, die da schon ganz richtige Ansichten haben. Diese Ansichten aber ganz einfach gegen ihre Redaktionsleitung oder gar gegen die Chefredaktion nicht durchsetzen können. Als freier Journalist kennt man das ja auch, wenn man beispielsweise mal ein finanzpolitisches Thema ein bisschen kritischer angeht, auch wenn der Artikel qualitativ sehr hochwertig ist. In Deutschland hat man keine Chance, diesen Artikel in einer auflagestarken Zeitung unterzubringen. So ein paar Artikel, okay, in der Taz, die bringt hin und wieder mal was etwas Kritischeres. Die alte Financial Times noch, aber die gibt es ja auch nicht mehr. Und ja, das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ja. Kannst du vielleicht nochmal das Zitat anbringen von dem Herausgeber, dem ehemaligen der Zeit, welcher da gesagt hat? Richtig, Paul Seetet von der FAZ. Der hat einmal gesagt, Pressefreiheit bedeutet, die Freiheit der 200 reichsten Familien im Land ihre Meinung zu veröffentlichen. Und ja, ich denke mal, das passt ganz gut. Ja. Und ich denke, da ist zum Beispiel ein Konzern, der eng mit einer Familie verbunden ist, der Bertelsmann-Verlag. Zum Beispiel, ja. Und mit dem hast du dich ja auch in deinem Buch beschäftigt. Was lässt sich schön oder eben nicht schön daran studieren, an diesem Beispiel Bertelsmann? Ja, also da gibt es ganz diverse Sachen, die man in diesem Beispiel studieren kann. Ich meine, klar, das ist die Verflechtung mit der Politik. Es ist die Einflussnahme der öffentlichen Meinung über so ein Think Tank wie die Bertelsmann-Stiftung. Und was bei Bertelsmann auch ganz besonders interessant ist, Bertelsmann ist ja über eine Konzerntochter, auch eine der europaweit größten Dienstleistungsunternehmen, die interessanterweise, Avato heißt diese Firma, die interessanterweise genau die Aufträge immer abschnappt, die vom öffentlichen Dienst ausgelagert werden. Also beispielsweise in Großbritannien haben sie da so ein Projekt, da machen sie die komplette Betreuung, die das Sozialamt normalerweise machen würde, inklusive der Auszahlung von Sozialhilfe für ein ganzes County. Und gleichzeitig trommeln die Medien aus dem Bertelsmann-Verlag und die Bertelsmann-Stiftung natürlich immer für einen schlankeren Staat. Und da ist natürlich ein ganz klares Eigeninteresse vorhanden. Ich meine, das Eigeninteresse ist meist vorhanden, aber da sieht man es eigentlich überdeutlich, um was es eigentlich geht. Ja, würdest du sagen, das ist so eine Eigenschaft des Neoliberalismus, gegen den Staat, sei denn mal hingestellt, ob der so gut ist oder eben nicht, anzugehen im Eigeninteresse? Weil man dann hinterher weiß, wenn es privatisiert wird, dann fällt es irgendwie schon auf uns. Selbstverständlich, natürlich. Und es ist ja auch augenmerklich, dass durch die Privatisierung eigentlich fast nichts besser wird und auch fast nichts billiger und effizienter wird. Ich meine, wir können jetzt mal so Bereiche wie die Telekommunikation da mal rauslassen. Also da lasse ich gerne mit mir streiten, ob es richtig war, das Ganze zu privatisieren, was eben mal zur Deutschen Post gehörte. Aber in anderen Bereichen nehmen wir beispielsweise mal die Krankenhäuser, nehmen wir die Elektroversorger, Wasserversorger und so weiter und so fort. In Deutschland, was in Deutschland nicht so weit gegangen ist, aber in Großbritannien, beispielsweise die dortige Privatisierung der Bahn. In der USA werden schon Haftanstalten privatisiert, auch schon seit längerem. Überall dort sieht man, dass, je nachdem wie man es bezeichnet, vorher war es der Steuerzahler, danach ist es der Kunde, im Endeffekt wesentlich mehr für die gleiche Dienstleistung bezahlt, als es vorher war, als das Ganze noch staatlich war. Und natürlich die Renditen in die Hände von einigen wenigen gehen. Der größte Aktionär von RWE und von E.ON beispielsweise sind Private Equity Fonds aus den USA. Und ich meine, es ist so sehr auch über die Energiewende immer geschimpft wird, muss man natürlich auch bedenken, dass diese Unternehmen immer noch eine ordentliche Rendite erzielen. Was heißt immer noch, nach wie vor, eine gute Rendite erzielen. Und diese Rendite, die fließt natürlich ab in die Taschen einiger weniger. Und das ist eigentlich eine Sache, die für einen absoluten Großteil der Bevölkerung ja eigentlich gar nicht hinnehmbar ist. Ja, aber wie erklärst du, dass es so viele Felder gibt, wo die Interessen des Volkes oder der Allgemeinheit verletzt werden, aber die Allgemeinheit und das Volk sich eigentlich nicht drum schert? Das Ganze wird immer als alternativlos dargestellt. Das ist ein Lieblingswort der Kanzlerin. Maggie Thatcher hat damals gesagt, Tina, there is no alternative. Und ja, wer hinterfragt es eigentlich noch, warum beispielsweise ein Stromversorger privat sein sollte? Das Ganze wird in den Medien Tag aus, Tag ein als selbstverständlich dargestellt. Es wird auch als selbstverständlich dargestellt, dass ein Krankenhaus beispielsweise eine Rendite abwerfen muss. Allein die dumme Frage, ja, warum muss ein Krankenhaus eine Rendite abwerfen? Da kommt man sich schon fast vor wie der kleine Junge in Andersens Märchen des Kreisers Neue Kleider, der eine eigentlich offensichtliche Frage stellt, die allerdings von den ganzen anderen Leuten überhaupt gar nicht vorher gestellt wurde. Ja, meinst du dementsprechend auch, dass das Land gewisse Denkverbote hat? Also das Schöne, das Interessante ist ja, dass ja in unserer, auch in unserer Medienwelt, dass es keine wirklichen Denkverbote gibt. Es gibt auch anscheinend keine Tabus. Das Problem ist bloß, wie, ich bin jetzt kein Medienteoretiker, aber wie bildet sich eigentlich die persönliche Meinung? Zu einem Großteil bildet sie sich doch aus dem, was über die Medien wahrgenommen wird oder von irgendwelchen Institutionen, die man irgendwie als Autorität interpretiert. Und da ist es ja wie, ich meine, ich denke mal das Märchen des Kaisers Neue Kleider ist da ein ganz gutes Beispiel. Da ist es ja auch so, dass das ganze Volk, das dort auf dem Platz steht und den nackten Kaiser sieht, zwar natürlich sieht, dass er nackt ist, aber weil A, weil es der Kaiser ist und B, weil kein anderer dagegen irgendwas sagt, sich da in so einen kollektiven Rausch begibt und das eigentlich Offensichtliche weder auszusprechen noch zu denken wagt. Ja, du kennst ja im Englischen das Bild vom Elephant in the room, also ein Problem, das ist ganz groß, man sieht es, aber irgendwie tut man so, als würde man es nicht sehen, wie halt ein Elefant, den man im Wohnzimmer stehen hat. Jetzt ist ja zurzeit Wahlkampf, am Sonntag sind die Wahlen und ich habe so den Eindruck, zwei wirklich wichtige Themen, die werden so gut wie möglich rausgehalten, das ist zum einen die Sache mit dem Euro und das ist zum anderen die Sache mit der NSA. Befleckt sich hier, bekleckert sich die Politik hier mit Ruhm? Definitiv nicht, aber es ist natürlich so, unser politisches System und das sieht man im Wahlkampf ja auch wieder, ist dieses klassische Zwei-Lager-System, da gibt es die CDU und die SPD, das rechte Lager und das linke Lager und die beiden behagten sich gegenseitig und gerade bei diesen beiden Themen sieht man, dass beide Lager sich weder mit Ruhm bekleckert haben, noch irgendwelche gangbaren Alternativen irgendwie im Köcher haben. Und über ein Thema, über das sich eigentlich beide Parteien einig sind, da lohnt es sich auch nicht großartig, sich darüber zu streiten. Also den Parteien würde ich da jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, denn das sind halt ihre Positionen und auch hier sind es wieder Positionen, die gegen die Bevölkerungsmehrheit ausgerichtet sind. Der Vorwurf, dem müssen sich allerdings die Medien gefallen lassen, dass auch die Medien im Wahlkampf diese Themen bestenfalls streifen. Ja, jetzt ist es ja so. Ja, bitte. Ja, und solche Leute wie Merkel und Steinbrück merken natürlich, dass sie mit ihrer Dünnbrettbohrerei durchkommen. Und ja, warum sollten sie da dann proaktiv Themen ansprechen, auf die sie eigentlich gar keine Lust haben? Ja, wie du ja sagtest, ist das Volk hier der Souverän. Und ich sagte bei Euro und NSE, das ist halt wichtig, weil ich denke, dass es da eigentlich auch um die Souveränität geht Deutschlands. Das ist ja auch eine Sache, der ihr euch ab und zu mal widmet auf den Nachdenkseiten. Wie siehst du das mit der Souveränität Deutschlands? Ist das eine wichtige Frage für den Souverän? Das ist schon eine wichtige Frage. Bloß gerade was den Euro angeht, muss man natürlich auch eingestehen, dass Deutschland da schon sehr viele Souveränitätsrechte an die EU oder andere europäische Institutionen wie die EZB abgegeben hat. Also der Euro ist keine deutsche Sache, sondern er ist eine europäische Sache. Und da mag man nun darüber beklagen, dass der deutsche Souverän, nicht der deutsche Souverän, sondern der deutsche Bundestag, der den Souverän vertritt, dort bei einigen Entscheidungen vielleicht nicht den Einfluss hat, den er eigentlich demokratietheoretisch haben sollte. Dennoch muss das jetzt nicht unbedingt von Nachteil sein in diesem konkreten Fall. Ja, aber du siehst das dann, sagen wir mal, unproblematisch, dass zum Beispiel dieses Budgetrecht mehr oder weniger nach Brüssel abgegeben wird? Von welchem Budgetrecht? Von dem, also zum Beispiel den Griechen, würde ich mal sagen, die haben nicht mehr so wirklich das Budgetrecht. Das Schöne ist ja, de facto haben sie es, also rein juristisch, bloß durch die Machtverteilung, durch die Machtverhältnisse, haben sie es nicht mehr, denn ihnen wird die Pistole an den Kopf gehalten. Entweder ihr macht dies und das oder wir schmeißen euch aus dem Euro. Ich meine, was ja auch rechtlich eigentlich gar nicht geht, aber naja, die juristischen Fragen, die scheinen da eh niemanden mehr zu scheren. Natürlich ist das problematisch, klar, definitiv. Vor allen Dingen dann, ich meine, das Ganze wäre jetzt vielleicht ein bisschen unproblematischer, wenn die EU eine demokratische Struktur hätte. Also wenn es in dem Falle nicht die EU-Kommission wäre, also sprich die Exekutive, sprich die Regierung, die diese Macht ausüben würden, sondern ein demokratisch legitimiertes Organ, wie beispielsweise das Europaparlament, dann hätte ich wesentlich weniger Probleme damit. Aber es sind ja gerade in der EU die Institutionen, die die meiste Macht haben, sind die, die demokratisch am wenigsten legitimiert sind. Und das ist ja das europäische Institutionen-Problem. Ja, was ja auch viel mit Lobbyismus zu tun hat und damit hast du dich dann auch wieder in deinem Buch beschäftigt. Der grassiert wohl sehr in Deutschland. Der grassiert sehr in Deutschland, ja. Wir sind ja mittlerweile so weit, dass gerade eben bei der Finanzgesetzgebung, dass dort direkt Leute von Banken oder von Anwaltskanzleien aus dem Umfeld der Banken direkt Gesetze schreiben. Die offizielle Begründung ist dann, ja, wir haben das Know-how im Hause gar nicht. Und ich meine, das ist schon verfroren, aber das Schlimmste daran ist, das stimmt sogar. Im Bundesfinanzministerium gibt es keine, also ab einer bestimmten Ebene gibt es keine Leute mehr, die sich wirklich mit der Thematik gut auskennen. Ich meine, das haben die Banken natürlich ganz geschickt auch gemacht, dass, ja, die dort so einen Drehtüreffekt installiert haben. Also, dass es durchaus gern gesehen ist, dass fähige Mitarbeiter von Banken mal kurz ins Finanzministerium gehen oder zur BaFin oder zu einer ähnlichen Überwachungsorganisation, die die Banken regulieren soll. Und wenn sie dann ihren Dienst dort ordentlich gemacht haben, ordentlich im Sinne der Banken, nicht im Sinne der Bevölkerung, dann geht es wieder zurück durch die Drehtür, wieder in den Finanzsektor rein. Und dann gibt es eine fürstlich dotierte Stelle dort. Das ist eigentlich ein Zustand, den man als Bevölkerung eigentlich gar nicht hinnehmen darf. Ich meine, stellen wir uns doch mal vor, dass die leitenden Stellen im Innenministerium und bei den Polizeibehörden von Mitgliedern der Mafia besetzt werden würden, die dann mal kurz Dienst für den Staat machen und danach, wenn sie es ordentlich gemacht haben, ordentlich im Sinne der Mafia, dann wieder zur Mafia zurückkommen. Das würde kein Mensch akzeptieren. Die Medien würden CETA und Mordio schreien. Im Finanzsektor ist das allerdings ganz normal. Ja. Jetzt ist aber auch die Politik eher inkompetent, was die Finanzen angeht. Das zeigt sich, denke ich, in deiner Lesart in der Euro-Krise selber. Ja, richtig. Klar, nochmal grundsätzlich dazu. Es gibt auch kein, jetzt gibt es Finance Watch als nötliche Ausnahme. Ansonsten gibt es auch keine unabhängige Institution, die wirklich unabhängig vom Finanzmarkt und von den Finanzmarktakteuren ist, bei der Positionen vertreten werden, die Studien erarbeiten etc. pp., die ans Mark der Finanzmärkte gehen. Daher ist es auch gar kein Wunder, dass es in Deutschland kaum Finanzmarktexperten gibt, die nicht auf der Payroll der Banken stehen. Okay, jetzt zur Euro-Krise. Klar, ich meine, das fängt ja bereits bei der Analyse an. Es scheint ja bei der Analyse Common Sense mittlerweile zu sein, dass es sich bei der Euro-Krise um eine Staatsschuldenkrise handelt. Einige Staaten haben zu viele Schulden aufgenommen. Jetzt können sie die Schulden nicht zurückzahlen. Und ja, die lieben Deutschen springen ein und helfen. Ich meine, das ist natürlich, ja, Fälscher, das Wort gibt es nicht, aber Fälscher könnte es kaum sein. So ist es ja nun überhaupt gar nicht. Wenn wir mal Griechenland rauslassen, wo es in der Tat einen Schlendrian gab, Staaten wie Irland oder wie Spanien sind hauptsächlich deshalb verschuldet, weil es dort arge Probleme im Bankensektor gab, in Spanien auch im Bausektor, bei dem der Staat dann faule Schulden übernehmen musste und das Ganze sich auf die Staatsschulden dann übertragen hat. Also, wenn man den Staat Irland nimmt, Irland war ein Vorbild, so nach schäublichen oder merkelschen Kategorien, gilt für Spanien gilt das übrigens auch, die haben ihre Schulden seit Staatsschulden, seit Einführung des Euros massiv abgebaut. Irland hatte, ich glaube, 25 Prozent, war es eine Staatsschuldenquote von 25 Prozent, bevor Lehman kollabiert ist, weit unter der deutschen, also eigentlich ein europäischer Musterstaat. Naja, und dann kam natürlich, dann kam der große Crash, dann kamen die gigantischen Bankschulden und plötzlich ist Irland in einer Situation, in der es abhängig ist von Deutschland, in der es keine souveräne Politik mehr betreiben kann und das ist ganz einfach, ja, ein unhaltbarer Zustand. Ja, du vertrittst des Weiteren die Meinung, dass die Euro-Krise durch ihr Lehren der Ökonomie verschärft würde. Welche sind das? Das ist alles, was man so unter Neoliberalismus und Monetarismus, also Neoklassik, subsumieren kann. Es sind halt zwei verschiedene, das eine ist realwirtschaftlich, das andere ist eher finanzwirtschaftlich, geldwirtschaftlich, erkläre ich kurz. Also erstmal, das sind die neoliberale Komponente. Frau Merkel sagt das ja auch immer so schön, dass wir alle, dass alle europäischen Staaten sich an Deutschland ein Vorbild nehmen sollten. Und ja, ihren Laden sozusagen endlich mal in den Griff bekommen. Sprich, die Kosten drücken. Kosten heißt dabei natürlich immer Lohnkosten. Das ist klar. Also sprich, dass diese Staaten, wie es Deutschland gemacht hat, die Lohnkosten runterfahren, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und wenn diese Staaten einmal wettbewerbsfähig sind, so ist ja diese Merkel, diese schwäbische Hausfrauenagenda, dann klappt das auch wieder mit den Exporten. Und plötzlich werden alle europäischen Staaten, klar, wie Deutschland, zu Staaten mit einem Exportüberschuss. So, das ist natürlich eine ganz interessante Theorie. Denn, also der Handel, Welthandel, der Außenhandel, ist ja immer ein Nullsummenspiel. Also es können nicht alle Überschüsse machen. Irgendwer muss Defizite machen. Warnströme gehen immer von einem Land in das andere. Und im Endeffekt bleibt da immer eine Null. Was der eine mehr verkauft, das verkauft der andere weniger. Exporte, Importe und so weiter und so fort. Und wenn nun alle Staaten wie Deutschland werden sollen, sprich alle Staaten mehr exportieren, als sie importieren, dann geht das ja, rein mathematisch geht das schon gar nicht. Und zusätzlich stellt sich natürlich dann auch die Frage, wenn alle Leute weniger Lohn in der Tasche haben, wer soll dann überhaupt noch die Produkte, die exportiert werden, kaufen? Auf diese Fragen habe ich bis jetzt noch keine überzeugende Antwort bekommen. Ja. Und dann noch kurz zum Monetarismus da hinzu. Klar, meine, was ist das für eine Theorie, dass ein Land, das in der Krise ist, dass es gesundet, wenn es die Ausgaben kürzt. Wenn die Zinsen runtergesetzt werden, nach der monetaristischen Idee ist es so, wenn die Zinsen niedrig sind, und die Zinsen sind ja momentan von der EZB, sind ja auf einem historischen Tiefstand, plötzlich nehmen die Leute dann Geld in die Tasche, verschulden sich, um zu investieren. Der Privatsektor und der Unternehmenssektor. Bloß, wenn ein Staat in einer Krise ist und der Staat spart Geld, die Privathaushalte müssen ihre Schulden zurückfahren, weil die Banken ihre Bilanzen in Ordnung bringen, die Unternehmen können nichts mehr verkaufen, da die Einkommen zurückgehen und die Wirtschaft ohnehin schwächelt. Wer soll in einer solchen Situation denn bitte schon investieren? Der Staat darf es nicht, die Unternehmen wollen es nicht und die Privathaushalte können es nicht. So, und das sind, und diese drei Komponenten sind eigentlich ein Patentrezept dafür, wie ein Staat in eine richtig schwere Wirtschaftskrise reinkommt. Und genau dieses Patentrezept wird ja, das ist ja eigentlich die Euro-Rettung, in Anführungszeichen, Agenda. Und ja, da kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln, über, ob einer solchen Bornität, Borniertheit. Denkst du denn, dass das mit dem Euro noch schlimmer wird? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich, auch ich bin ja immer noch ein Optimist und ich denke, dass irgendwann einmal sich die Vernunft durchsetzt. Allerdings sehe ich da bis jetzt noch keinen Wendepunkt. Was bis jetzt, von dieser ultraharten Australitätsagenda ist man ja schon so ein bisschen abgewichen. Man sagt ja schon, ach Gott, ja, es muss ja auch investiert werden und mit dem Sparen, man kann es auch übertreiben. Das ist ja mittlerweile sogar schon offizielle Sicht des IWF. Und auch aus dem Umfeld der EU-Kommission und der EZB hört man da kritische Stimmen, hat sich allerdings noch nicht ganz durchgesetzt. Allerdings, also ich, in Deutschland werden wir jetzt vier Jahre, vier weitere Jahre Merkel bekommen. Der Einfluss Deutschlands beziehungsweise der Regierungs Merkels auf Brüssel, der bleibt dadurch auch erhalten. Und ich sehe da noch nicht wirklich eine Wende. Eine Frage ist, wie lange das noch so gut geht. Ja, wie lange lassen sich die Griechen oder die Spanier, wie lange lassen sich das gefallen, dass sie dort mutwillig, vorsätzlich in eine Krise reingedrängt werden, die sich von Jahr zu Jahr verschärft. Ganz am Anfang hast du schon mal erwähnt, das zum oberflächlichen guten Anschein Deutschlands zählt, dass es ja Exportweltmeister ist. Da wird normalerweise Hurra geschrien, Sondergleichen. Du würdest da sagen, Freunde, vielleicht mal ein bisschen leiser, denn da gibt es halt, wie du auch schon erwähnt hast, ein Problem, nämlich Exportüberschuss gegenüber Importdefizit. Und ist dieses Importdefizit eigentlich, kommt das zu Schaden des deutschen Volkes zustande? Muss man so zu formulieren. Ist das zum Nachteil? Das ist zum Nachteil, na klar. Denn Importdefizit heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir zu wenig Güter konsumieren, die im Ausland hergestellt werden. Wir exportieren permanent mehr, logisch, auch wegen der niedrigen Lohnkosten. Natürlich auch, das will ich nicht verhehlen, weil die deutsche Industrie relativ fit ist und gute Produkte herstellt. Das ist auch gar nicht zu kritisieren. Zu kritisieren ist, wie gesagt, dass das Lohnniveau im Allgemeinen zu gering ist und wir daher zu wenig Güter importieren. Durch den Euro wertet die deutsche Währung natürlich nicht auf, was normalerweise jetzt bei der D-Mark passieren würde. Da würden dann automatisch die Lohnkosten steigen, halt durch die härtere Währung. Und Importprodukte wären günstiger, auch durch die härtere Währung. Das ist durch den Euro natürlich verbaut. Dieser Mechanismus funktioniert so nicht mehr. Und das ist natürlich mit ein Grund, dass diese gigantischen Exportüberschüsse entstanden sind und Importdefizite. Wenn wir uns über Exportüberschüsse freuen, das ist schon ziemlich paradox. Da freuen wir uns im Endeffekt, dass wir uns so wenig leisten können. Und kein Mensch würde stolz darauf sein, dass wir Importdefizit-Weltmeister sind. Obwohl das eigentlich das Gleiche bloß mit einem anderen Begriff ausdrückt. Und hinzu kommt ja noch, dass gerade jetzt bei der Euro-Diskussion, was ja auch eine sehr spannende Frage ist, wer permanent, da geht es jetzt nicht um Warenexporte, sondern um den Leistungsüberschuss, der natürlich eng damit zusammenhängt. Das ist klar. Ein Land, eine Volkswirtschaft, die permanent Leistungsüberschüsse erzielt, baut auch permanent Forderungen gegenüber dem Ausland auf. Also sprich, das Ausland, das hat unsere schönen Produkte und konnte sie allerdings noch nicht bezahlen. Logisch, weil es ja weniger Güter nach Deutschland ausführt, als wir in dieses Land. Führt im Endeffekt dazu, dass wir auf den Forderungen sitzen. Das ist momentan eine Summe von rund zwei Billionen, die deutsche Banken, deutsche Unternehmen und private Haushalte Forderungen gegenüber dem Ausland haben. Und die werden natürlich nicht kleiner, wenn die Leistungsbilanzüberschüsse immer auf diesem Niveau bleiben oder sogar noch größer werden. Bloß das Ganze geht natürlich auch nicht ins Unendliche. Das sehen wir ja jetzt, auch durch die Euro-Krise, dass irgendwann da mal ein Cut kommt. Und wenn dieser Cut kommt, dann sitzen wir auf unseren dann wertlos gewordenen Forderungen und können uns im Endeffekt so etwas wie die private Altersvorsorge zumindest zum Teil dann abschreiben. Und das ist natürlich keine gute Perspektive. Die aber ganz direkt mit diesen Exportüberschüssen zusammenhängt. Gut, wir machen jetzt auch einen kleinen Cut, hören ein wenig Musik und danach beschäftigen wir uns mit einer Frage, die bei allen Diskussionen über Wirtschaft immer wieder zu kurz kommt. Man fragt sich warum. Und zwar ist es die Frage, wozu ist die Wirtschaft eigentlich da? Und da kommen wir dann gleich zurück. Und jetzt erst mal Musik. So, Freunde des Jungle Drum Radio, wir sind jetzt wieder zurück. Das heißt wir, Lars Schall und Jens Berger. Und mit dem Jens werde ich mich jetzt um eine Frage beschäftigen, mit einer Frage beschäftigen, Entschuldigung, die er sich ganz zentral stellt, die aber immer zu kurz kommt in Diskussionen, wo es um Wirtschaft geht. Und das ist eigentlich eine recht einfache, aber irgendwie wird die gemieden, so wie der Teufel das Weihwasser meidet, nämlich die Frage jetzt, wozu ist eigentlich die Wirtschaft da? Ja, das ist für mich eigentlich die Kernfrage. Meine Wirtschaft hat ja eine gewisse Aufgabe. Klar, es geht darum, dass man einen Job hat, von dem man sich diverse Sachen kaufen kann. Und es geht natürlich darum, dass man möglichst den Zugang zu möglichst guten Waren hat. Sprich, dass man sein Leben sinnvoll gestaltet, dass man glücklich mit seinem Leben ist. Das Glück zu maximieren, sollte eigentlich die Kernaufgabe der Wirtschaft sein. Wenn wir allerdings uns mal die Wirtschaftsnachrichten angucken, ganz exemplarisch dafür sind ja diese unsäglichen Börsenberichte in der ARD, da geht es eigentlich um das genaue Gegenteil. Da geht es ja nicht mehr darum, ob es den Menschen besser geht, wie es den Menschen besser gehen könnte, sondern nur noch um irgendwelche abstrakten Zahlen. Also abstrakte Zahlen, wie beispielsweise die Entwicklung des deutschen Aktienindexes. Das hat ja nun mit der realen Lebenswirklichkeit der Menschen eigentlich relativ wenig zu tun. Auch die ganzen Menschen... Ich habe gesehen, dass sie da ja nicht beteiligt dran sind. Die halten ja keine Aktien. Richtig, ein Großteil zumindest nicht. Richtig. Ich habe nichts dagegen, dass es auf Spatenprogrammen wie NTV oder N24 läuft, aber doch nicht bitteschön direkt vor der Tagesschau. Sollte auch die Leute überhaupt gar nicht interessieren, zumal das natürlich auch immer als Plattform genutzt wird, um irgendwelche marktkonformen Botschaften zu streuen. Gerne dann in Form von irgendwelchen Bankanalysten, die da interviewt werden. Okay, aber ich weiche gerade eben so ein bisschen ab von einer eigentlichen Frage. In der US-Verfassung steht ja das Persistence of Happiness steht drin. Also sprich, die Politik des Staates sollte sich darauf ausrichten, dass die Bürger die Möglichkeit haben, ihr eigenes Glück zu verwirklichen. Meine mehr kann man vom Staat nicht verlangen, als dass er sich daran orientiert. In unserem Grundgesetz gibt es eine solche Passage nicht, aber es sollte doch eigentlich jedem Menschen klar sein, dass das das Ziel auch an der Wirtschaftspolitik sein sollte. Und das wird, und diese Frage wird in der täglichen Diskussion auch im Feuilleton überhaupt gar nicht mehr gestellt. Anscheinend haben wir es akzeptiert, dass das Glück, die Glücksvermehrung eines Großteils der Bevölkerung überhaupt gar kein Ziel gesellschaftlichen oder staatlichen Handels mehr sein muss, geschweige denn des Wirtschaftssystems. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo man sich doch mal Gedanken machen musste. Läuft es dann darauf hinaus, warum das nicht gefragt wird, warum das denn so ist, dass das Ganze sich ja pervertiert hat, das Verhältnis, dass die Wirtschaft nicht für den Menschen da ist, sondern umgekehrt? A, das. B, es gibt da natürlich ja Interessen, Interessenskollisionen. Ganz klar, wenn beispielsweise, wenn der Leiharbeiter einen festen Job haben, will und ein höheres Einkommen erzielen will, ist das nicht im Interesse des Unternehmers. Nun gut, wir haben in unserem Staat mehr Arbeitnehmer als Arbeitgeber, sodass es eigentlich zu einem fairen Kompromiss kommen sollte. Kommt es aber nicht, da der Unternehmer derjenige ist, der ja den besseren Draht hat, sowohl zur Politik als auch zu den Medien. Sowohl, also in der Politik wird eine sehr unternehmens- und unternehmerfreundliche, ja freundliche Politik seit mehreren Jahrzehnten verfolgt. Die Medien schreiben so, als ging es nicht mehr um die Interessen der Leser, sondern um die Interessen der Unternehmer. Und ja, klar, da ist natürlich ein gewisser Konflikt, der sich auch nicht so leicht auflösen lässt. Ja. Wodurch wäre denn eine Wirtschaftspolitik bestimmt, die tatsächlich darauf hinaus will, auf dieses Glück? Das ist jetzt schwer, weil jetzt kommt natürlich auch wieder der Gedanke rein zu dieser, ja, Wachstumskritiker und da habe ich jetzt also keine so klare Antwort drauf, denn es geht natürlich, es kann natürlich, das ist auch vollkommen klar, nicht darum gehen, dass jeder immer nur mehr hat vom Gleichen, sondern es muss natürlich auch darum gehen, ja, dass jeder sich sein subjektives Glücksempfinden steigert und subjektives Glücksempfinden, das muss nicht zwingend gemäht dadurch werden, dass man jetzt mehr Geld verdient. Ich meine, das hört sich jetzt gegenüber Menschen, die mit ihrem Gehalt kaum über die Runden kommen, fürchterlich arrogant an, dessen bin ich mir bewusst, aber es gibt natürlich, es gibt auch Leute, es gibt Leute, die würden gerne mehr arbeiten, es gibt allerdings auch sehr, sehr viele Leute, die würden lieber weniger arbeiten und wären dafür auch bereit, ein, ja, leichte Gehaltseinbußen hinzunehmen. Nehmen wir mal beispielsweise so den typischen Krankenhausarzt, der vor lauter Überstunden und Stress überhaupt gar nicht mehr weiß, wie er sein Privatleben managen soll. Ärzte sind übrigens die Gruppe mit dem höchsten Anteil von Alkohol- und Drogensucht, was auch eine Folge dieses Stresses ist und für solche Leute wäre es natürlich dem subjektiven Glücksempfinden sehr zugänglich, wenn es dort eine Verbesserung des Arbeitsklimas gäbe, eine bessere Arbeitszeiten, was da konkret hieß, weniger arbeiten und auch das wäre natürlich dann eine, ja, eine gesellschaftliche Rahmenstellung, die jetzt nicht mehr vom Gleichen, sondern ausnahmsweise mal weniger vom Gleichen in den Mittelpunkt stellen würde. Ja, eine Gruppe in der Gesellschaft, die nicht besonders glücklich ist und da auch keinen Grund zu hat, ist die Mittelschicht hier in Deutschland. Aber nicht nur hier, auch in den USA steht sie unter Druck im Vereinigten Königreich und so weiter und so fort. Würdest du sagen, dass es ein ganz, ganz zentrales Problem, dass diese Mittelschicht abbröckelt? Das ist ein ganz zentrales Problem, nicht nur für die Mittelschicht, sondern auch für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass unsere Gesellschaft erst dann ins Wanken kommt, wenn die Mittelschicht irgendwann auf die Straße geht und sich vom System, wie man auch immer das jetzt definiert, verschaukelt fühlt. Und ja, das könnte eigentlich bald kommen in dieser Zeitpunkt. Wir hatten ja nach dem Zweiten Weltkrieg, der Ökonom Paul Krugman hat es ausgedrückt als die große Kompression, also eine Phase, in der sowohl die Vermögens- als auch die Einkommensspreizung zurückgegangen ist. Trotzdem eine Phase der Prosperität, des Wachstums. Das Wort trotzdem, bitte streichen, und gerade eben wegen, eben wegen der Kompression war es eine gute Phase. Gut, dieser Phase wurde allerdings durch die, ja, Reganomics, wenn wir mal so eine Experimente wie in Chile unter Pinochet mal rauslassen, war es das erste Mal, dass so dieser neoliberale, dass die neoliberale Ideologie auch politisch umgesetzt wurde. Zu Beginn der 80er war der Präsident Reagan. Seitdem geht die Schere massiv auf. Seitdem, egal welche Skalen man sich anschaut, ob es jetzt die Vermögen sind, ob es der US-Aktienindex ist, der Dow Jones und so weiter und so fort, alle diese Skalen, ab der 80er Jahre geht es da steil bergauf. Bloß, wo es halt nicht bergauf geht, ist klar, das sind die Einkommen und die Vermögen der Mittelschicht. Von der Unterschicht redet ja gar keiner mehr. Da ist anscheinend gesellschaftlich schon akzeptiert, dass die keine große Rolle mehr spielt. Diese zwei Drittel, ein Drittel Gesellschaft, die haben wir ja schon längst. Okay, und etwas zeitverzögert kam das jetzt hier ja auch in Kontinentaleuropa an. Vorher Großbritannien, Thatcher hat etwas Ähnliches gemacht. In Deutschland kam es ein bisschen später. Und ja, das ist die Phase, die wir momentan haben. Und da geht es jetzt keineswegs auch nur um volkswirtschaftliche Sachen, auch nicht nur um ökonomische Fragen. Nehmen wir mal das Beispiel Bildungsgerechtigkeit, soziale Mobilität, wie es so schön heißt. Also sprich, wie groß ist die Chance für jemanden, der jetzt nicht aus einem Akademikerhaushalt mit ordentlichen Vermögen und Einkommen kommt, irgendwann die Uni zu besuchen, als Beispiel, oder selber den Sprung von der Unterschicht in die Mittelschicht oder von der Mittelschicht in die Oberschicht zu schaffen. Oder die Frage, die man sich heute schon stellen muss, dass man zumindest das soziale Niveau des Elternhauses halten kann. Darum geht es ja heute schon. Ja, bitte. Ja, nee, okay. Nee, okay. Aber würdest du mir zustimmen, dass die Verblödung, die in deutschen Landen um sich greift, dass das ein Zeichen für den Niedergang der Mittelschicht ist? Das ist ja der eigentliche Träger der Intelligenz im Volke. Denke ich schon, ja. Also das ist, ja, es ist ein Nebenaspekt, aber dieser Nebenaspekt ist natürlich auf anderer Seite auch wieder spielt da eine Kernrolle, denn warum muckt die Mittelschicht nicht auf? Warum kommt die Politik mit solchen Plattitüden und der angeblichen Alternativlosigkeit eigentlich durch? Ja, warum lesen die Leute sonst schon wie den Spiegel oder die Bild? Ist ganz klar, es ist natürlich diese Verblödung, ich denke mal, sie ist durchaus gefreut. Ja, und warum? Ja, wie gesagt, weil die, weil Leute, die nicht merken, dass sie verschaukelt werden, ja, brave Schafe in diesem System sind, ihre Aufgabe erfüllen, nicht aufmucken und das Ganze auch nicht in Frage stellen. Ist aber natürlich sehr gefährlich, da ja eigentlich eine Demokratie nur wirklich funktioniert, wenn die Menschen, die eigentlichen Entscheider oder so sollten sie es zumindest sein, tatsächlich gut informiert sind. Das widerspricht komplett eigentlich sämtlichen demokratischen Gedanken, das ist klar. Ja. Aber man muss ja nur in die Geschichtedemokratie gucken, nehmen wir mal Griechenland und Rom als Beispiel, die auch als Demokratie bezeichnet werden, da war es ja auch nicht so, dass jetzt der Sklave hatte noch niemals ein Bürgerrecht, aber auch so einfache Bürger konnten da jetzt nicht am politischen Leben teilhaben, sondern es war eine strengelommene Oligarchie, in der einige reiche Familien die Politik gestaltet haben und streng genommen ist es heute nicht großartig anders. Es ist natürlich Unter der Sonne nichts Neues. Unter der Sonne nichts Neues, es ist lediglich strukturell anders, klar. Ja, woran liegt das denn, dass sich sowas durch die Geschichte hindurchzieht? Ja, es ist immer das Gleiche, wie ich vorhin schon sagte, es ist natürlich ein Interessenskonflikt und wenn es da kein Gleichgewicht der Waffen gibt zwischen den Interessen der Mehrheit und den stark publizierten und einflussreichen Interessen einer kleinen Minderheit, dann wird es da immer zu Verschiebungen kommen, klar. Ja. Man muss ja auch nur angucken, dieser New Deal in den Vereinigten Staaten, der ja dann in der großen Kompression geführt hat, durch was wurde der ausgelöst? Der wurde durch eine Finanzkrise ausgelöst und durch eine für damalige Verhältnisse in den Vereinigten Staaten einmalige Verarmung der Massen und gigantische Arbeitslosenzahlen. Ich muss dazu sagen, klar, die USA haben nicht so ein soziales Netz wie Kontinentaleuropa. Und da war das System dann schon am Fanken. Und es gibt ja das Schöne an einer Marktwirtschaft, man kann es auch den Kapitalismus nennen, ist ja, dass dieses System so unglaublich anpassungsfähig ist. Sobald eine echte Bedrohung kommt, werden auch gerne Konzessionen gegeben und das Ganze entwickelt sich in eine andere Richtung. Und auch für die Euro-Krise ist es daher für mich nur eine Frage, wie lange es noch dauert, bis die Menschen ernsthaft auf die Straße gehen, bis es zu Konflikten kommt. Vielleicht auch, ich meine, das ist ein Spiel mit dem Feuer, dessen bin ich mir bewusst, dass es eine Bedrohung der Demokratie durch Feinde der Demokratie gibt. In Griechenland sind wir ja schon so weit, da gibt es ja schon eine ernsthafte Bedrohung, dadurch die neue Rechte, durch die Neonazis. Und wenn dann das System in Anführungszeichen erkennt, dass es in seinen Grundfesten bedroht ist, hoffe ich zumindest, dass es dann den Überlebensinstinkt aufbringt, dass es die Steuerräder in die richtige Richtung stellt. Ja, da wir uns ja die Frage stellen, wofür ist die Wirtschaft da, und du schon die soziale Marktwirtschaft erwähnt hast, möchte ich dich darauf ansprechen, dass du ein großer Fan bist von Ludwig Erhard. Kannst du das einmal erklären? Ich bin kein großer Fan von allen Sachen, die Ludwig Erhard dort geschrieben und gesagt hat, aber Ludwig Erhard, was mich immer so fürchterlich ärgert, ist, dass Ludwig Erhard heutzutage komplett verzerrt wird. Der Mann wird sich wahrscheinlich in seinem Grabe umdrehen, was alles in seinem Namen heute so veranstaltet wird. Ludwig Erhard hat keinen Zweifel daran gelassen, das hat er auch im Vorwort zu seinem Lebenswerk niedergeschrieben, dass er ein Wirtschaftssystem anstrebt, bei dem es eine breite Masse gibt, die von der wirtschaftlichen Entwicklung profitiert und dass es nicht dazu führt, dass es wieder eine kleine elitäre Clique gibt, die sich auf Kosten einer breiten Masse bereichert. Das hat Erhard so analysiert. In seiner Interpretation war dies eines der Gründe, die zum Nationalsozialismus geführt haben. Da kann man durchaus mit ihm einer Meinung sein, dass dies ein Teilgrund war. Und er wollte gerade eben ein solches System abschaffen. Und seine soziale Marktwirtschaft war eigentlich das, was man heute schon fast als links bezeichnen würde. Und das steht natürlich in einem groben Konflikt dazu, wie heute von FDP, CDU oder den arbeitgebernahen Instituten für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft wie Ludwig Erhard dort instrumentalisiert wird, um gerade eben diesen Sozialstaat, der ja unter anderem auf seinen Gedanken mitberuhte, um diesen Sozialstaat zu torpedieren. Ja. Irgendwann wird sich mal vielleicht die Einsicht durchsetzen, die du auch mal geschrieben hast, dass nämlich Autos keine Autos kaufen. Das ist ein ganz wesentliches Problem, was wir zurzeit haben. Kannst du das mal ausführen? Ist es, ist es. Na klar. Also erstmal greift das natürlich rein in das Thema, das wir vorhin hatten, bei der Euro-Krise und dem Neoliberalismus, dass man Produkte natürlich, ja, das ist ja, also der Neoliberalismus wird ja auch als Angebotstheorie bezeichnet, während der Keynesianismus, also die andere Seite, als Nachfragetheorie bezeichnet wird. Und die Nachfragetheorie geht halt primär auf die Nachfrageseite ein, also sprich, Auslöser für einen wirtschaftlichen Prozess ist der Käufer, der irgendein Produkt haben will. In unserer Sicht, ja, Autos kaufen keine Autos, ist es ja meist so, dass es nur um den Herstellungsprozess geht. Da müssen die Kosten gedrückt werden und dann um möglichst günstig ein Produkt herzustellen ist okay. Dagegen ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch überhaupt gar nichts einzuwenden. Betriebswirt muss so denken. Allerdings volkswirtschaftlich ist das höchst problematisch, denn wenn die Kosten, sprich die Lohnkosten gedrückt werden, werden natürlich auch weniger Produkte verkauft und Produkte in einem geringeren Wert nur verkauft. ist klar, weil die Leute weniger Geld in der Tasche haben, dass sie ausgeben können. Insofern führt diese angebotstheoretische Wirtschaftspolitik im Endeffekt nur dazu, dass es nicht bergauf geht, sondern dass es bergab geht. Es wird immer günstiger produziert und die Leute haben immer weniger Geld in der Tasche, um sich Produkte zu kaufen. Und klar, Autos kaufen keine Autos. Die Profiteure dieses neoliberalen Systems haben im Endeffekt dann, das sieht man ja in der Verteilung der Vermögen, so viel Geld, dass sie von den Einkünften, die sie haben, überhaupt gar keine Investitions- oder Verbrauchsgüter mehr kaufen können. Denn, na klar, wenn man einen Porsche und einen, was weiß ich, SUV in der Garage hat, braucht man keinen Zweiten mehr, jedenfalls im Normalfall nicht. Und was macht man dann mit den Geldern, die immer noch reinfließen? Man lässt sie im Finanzcasino gegen andere Spieler als Einsatz setzt man sie. Und das ist ja auch, was wir seit mehreren Jahrzehnten mittlerweile schon beobachten, dass die Finanzwirtschaft sich komplett von der Realwirtschaft abgekoppelt hat, dass dort unglaubliche Summen, das sind alleine der Der Derivatemarkt hat ja Bestände von über 200 Billionen US-Dollar weltweit sind es, das kann man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ja, das ist Geld, das gegen Geld spielt. Im Grunde ist es ein großes Wettgeschäft, nichts anderes. Und das ist natürlich jetzt auch ein Nebeneffekt dieser, ja, der Einkommensverteilung und dieser Angebotstheoretischen Wirtschaftspolitik. Ja, wie beurteilst du das denn, dass zum Beispiel das, worum es ja vielen Leuten so im Leben geht, nämlich das Geld, also dass zum Beispiel das Geld auch eine Ware geworden ist auf dem Finanzspekulationsplatz? Ja, gut, wenn man sich so Zinsswaps beispielsweise anschaut oder Währungsswaps, da wird ja auf Wertentwicklung von monetären Werten wird gewettet. Das ist, ja, das ist ja noch nicht mal die letzte Stufe der Perversion. Es gibt ja noch perversere Produkte. Der Fantasie sind da ja leider keine Grenzen gesetzt, aber das ist, ja, im Endeffekt ist es wohl nur konsequent, so traurig das auch ist. Die große Mehrheit aber hat da ja überhaupt keinen Anteil dran, die beteiligt sich da nicht dran, sondern man könnte den Eindruck haben, sie ist eher damit beschäftigt mit dem angstbesetzten Klima, in dem sie lebt, zurechtzukommen. Das ist doch, glaube ich, auch so ein Aspekt, dass sie nicht aktiv werden, die Bürger, weil sie also schon so eine gewisse Starre in sich haben, oder? Das stimmt. Es wird ja auch ganz kunstvoll, wird es ja auch so gestaltet, Stichwort Eigenverantwortung, jeder ist seines Glückses schmied, das sind ja diese alten sozial-darwinistischen Sprüche, die man eigentlich schon für überwunden hielt, dass die ein Revival feiern. Ja. Glaubst du auch, der Sozialdarwinismus hat noch eine richtig große Zukunft? Leider. Wenn das System nicht kippt, ja. Also ich meine, momentan ist er eigentlich schon auf einem unerträglich hohen Niveau und da muss man jetzt gar nicht jetzt auf die dummen Sprüche von Parteien wie der FDP gucken, es ist ja in der Mitte der Gesellschaft, ist ja mittlerweile schon angekommen, ja, dass Menschen, die wirtschaftlich nicht so erfolgreich sind wie andere, dass sie selbst daran schuld sind, dass sie selber die Verantwortung tragen, ja, faule Hartz-IV-Empfänger, wer nicht für sein Alter vorsorgt, der muss sich nicht darüber wundern, dass er in Altersarmut abgleitet, da sind wir schon fast hier in dem alten Spruch, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, von Müntefering, steht so nicht in der Bibel und hat auch so August Bebel nicht gesagt, nur um da Missverständnisse zu vermeiden, das ist ein reiner Müntefering-Spruch und ja, das ist so ein Ausdruck einer absolut mangelnder Empathie. Wie beurteilst du grundsätzlich den Wahlkampf der jetzt hier so langsam in die Endstufe geht? Er ist an Langweiligkeit einfach eigentlich nicht zu überbieten, es ist grauenhaft. Ja. Da gab es mal eine Futurama-Folge, in der zwei Köpfe um die Präsidentschaftswahl kandidierten, der eine hieß Paul Johnson, der andere hieß John Paulson und die haben beide mal das Gleiche gesagt, da fühle ich mich momentan so ein bisschen dran erinnert, wenn ich mir die zwei Kandidaten Steinbrück und Merkel anschaue, zu den großen inhaltlichen Fragen gibt es fast überhaupt keine Differenzen, es werden allenfalls mal so ein paar Scheingefechte geführt, beispielsweise über den Mindestlohn, was ja auch eigentlich ein Witz ist, die SPD und die Grünen streiten jetzt für den Mindestlohn, das waren diejenigen, die mit Agenda 2010 gerade eben keinen Mindestlohn eingeführt haben, das ist ja, also ich, diejenigen, die das Ganze als eine Showveranstaltung bezeichnen, die kann ich in diesem Punkt durchaus verstehen. Ja, aber es ist doch eine sehr, sehr, also da wird man ja kein Geld für bezahlen wollen. Nicht freiwillig, nein. Also das muss man eigentlich so begleiten wie Waldorf und Stedtler bei der Muppet Show. Das tun wir ja. Ja, also im Englischen heißt es nämlich auch so, why do we always come here, it's like a kind of torture to have to watch the show. Wir wissen auch nicht, warum wir hier teilnehmen, wir haben wahrscheinlich nichts Besseres zu tun. Andererseits gibt es ja vielleicht doch auch einen Grund zur Hoffnung in Deutschland und das ist die größerwährende Blogosphäre. Würdest du mir dazu stimmen? Nur zum Teil. Also das ist ja erstmal eine rein quantitative Aussage, die du da getroffen hast, dass die Blogosphäre größer wird. Ja, gut, da kann man natürlich gucken, auch welche Inhalte das sind und wie die gemacht sind, klar. Ganz genau. Wenn ich nur mal sehe, das hat jetzt mit der Blogosphäre nicht ganz so viel zu tun, aber dass hinter den Piraten in den sozialen Medien die erfolgreichste Partei ausgerechnet die AfD ist, mag ich da jetzt nicht unbedingt an einen Wandel durch eine Stärkung der sozialen Netzwerke und der Blogs sprechen. Ja, gut, kommen wir gleich nochmal auf den alternativen Journalismus, aber die Alternative für Deutschland ist keine Alternative für Deutschland? Na, um Himmels Willen. Und da geht es mir jetzt keineswegs darum, jetzt hier die Nazikeule auszupacken. Ich meine, sie sind widerlich, was bestimmte Punkte angeht. wo sie am rechtsextremen Rand fischen, aber das lasse ich mal ganz außen vor. Viel wichtiger finde ich ja, das ist eine Professorenpartei. Schön, aber was für Professoren sind denn das? Das sind exakt die Professoren, die Ökonomen, die dort drin sind, die wie kaum ein anderer in dieser Republik gerade eben für diesen marktkonformen, marktliberalen Kurs stehen. Das sind also Leute, die den Markt anbeten und die mit der Euro-Krisenpolitik von Merkel und Konsorten nicht deshalb nicht einverstanden sind, weil sie die gleichen Kritikpunkte wie ich beispielsweise haben, sondern weil sie dort ja ihren tollen Markt irgendwie nicht genug berücksichtigt sehen. Sie sagen, ja, wer nicht zurückzahlen kann, soll auch pleite gehen. Das ist einfach gesagt. Das mag auch jetzt für den Privathaushalt mag das zutreffen. Auch dort gibt es Gesetze, die die Individuen dann im Endeffekt schützen, das ist klar. Aber was heißt das denn auf Staaten übertragen? Da wird mit dem Feuer gespielt. Und dann kommen noch die scheinheiligen Argumente aller, ja, es geht durch die niedrige Verzinsung, werden wir schleichend enteignet. Das hört sich ja ganz deftig an. Ich meine, wer wird denn da enteignet? Das garantiert nicht, dass die normale Bevölkerung, die vielleicht ihre 5000 Euro mal auf dem Sparbuch hat, die merken den Unterschied jetzt nicht so großartig, enteignet werden. Das ist ganz klar diejenigen, die große Forderungen haben. Und wenn wir das jetzt mal ein Stück weiter denken, was passiert denn, wenn die AfD nur mal rein hypothetisch jetzt eine absolute Mehrheit bekäme und von heute auf morgen dann der Euro zusammenbricht? Ich hatte es ja vorhin schon angeführt, die deutsche Volkswirtschaft hat zwei Millionen Auslandsforderungen. Glaubt denn irgendwer im Ernst, dass diese Auslandsforderungen in einer stark aufwertenden D-Mark zurückbezahlt würden? Selbstverständlich nicht, natürlich nicht. Da kämen dann die großen Abschreibungen. Und auf wessen Lasten gehen die? Klar, auf diejenigen, die sich auf eine private Altersvorsorge verlassen haben. auf und ein durchschnittlicher deutscher Haushalt, wenn wir mal das Immobilienvermögen rauslassen, dann sind Ansprüche an Lebensversicherungen und an Privatrenten sind mit Abstand, mit ganz, ganz großem Abstand der größte Vermögensbestandteil bei einem normalen deutschen Mittelklassehaushalt. Also sprich, was die AfD dort an Politik propagiert, führt in Endeffekt gerade eben dazu, dass die Mittelklasse enteignet wird. Also würdest du sagen, in dem Fall wählen die Kälber ihren Schlechter selber? Ja, 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 richtig, das ist richtig. Naja, aber das hat doch dann wenigstens einen tragikomischen Charakter. Das hat, ja. Vielleicht erklär das mal, wenn du möchtest, was das denn heißt eigentlich für den Exportweltmeister, wenn er unter den gegebenen Umständen zur D-Mark Zurückkehrung würde, wäre er dann allzu lange Exportweltmeister noch? Ja, dann wäre er nicht mehr lange Exportweltmeister, das ist klar, da die Produkte sich dann massiv verteuern würden, was ja auch prinzipiell jetzt in einer ausgeglichenen Volkswirtschaft gar nicht mal so falsch wäre, sprich, dass unsere Exporte teurer würden und die Importe preiswerter. Das Problem ist bloß, dass die deutsche Volkswirtschaft überhaupt nicht darauf eingerichtet ist. Wir sind keine Dienstleistungsgesellschaft, wie es beispielsweise die Italiener sind. Deutschland lebt nun mal von seinem Export, so schlimm das auch ist, und jetzt ein Ausstieg aus dem Euro, das wäre so, als würde man jemanden, der im Krankenhaus künstlich beatmet wird, als würde man dem den Sauerstoff abdrehen. Wenn wir durch eine kluge Politik übergangsweise, das kann zwei Jahrzehnte dauern, wie Heiner Flassbeck es mal ausgerechnet hat, das kann allerdings auch noch länger dauern, wenn wir mal von dieser Export Fixierung mal runter kämen und eine ausgeglichene Volkswirtschaft würden, dann könnte man sich gerne darüber unterhalten, ob es nicht vielleicht geordnet Sinn machen könnte, dieses Modell Euro mal aufzulösen, plus, ich meine, das ist natürlich jetzt auch Quatsch, denn wenn wir es schaffen würden, als deutsche Volkswirtschaft auf ein ausgeglichenes Niveau zu kommen, dann gäbe es auch keine Gründe mehr, den Euro aufzulösen. Also das Ganze hinten und vorne passt es nicht. Ist denn Deutschland überhaupt ein Vorbild für Europa? Nein, definitiv nicht. Eben, weil sich Deutschland, meine, es gibt ja so den, es ist aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 17. Jahrhundert sogar schon, den Merkantilismus, der besagt, dass die, also jetzt mal grob gesagt, besagt der, dass die, das Volksvermögen zunimmt, wenn der Außenhandel gestärkt wird. Das kann man mal so in den Raum stellen, ob das jetzt überhaupt zutrifft, muss mal hinterfragt werden. Was man jetzt am Beispiel Deutschland und auch in anderen Staaten sieht, ist, dass dieser exorbitante Wachstum des Außenhandels, vor allen Dingen der Exporte, gerade eben nicht dazu beigetragen hat, dass es der Bevölkerung besser geht. Das ist eine reine Zahlenkosmetik. Irgendwelche virtuellen Werte, es sind Forderungen im Endeffekt, Forderungen an das Ausland, wurden dadurch zwar aufgebläht, dadurch sind wir jetzt aber nicht wirklich wohlhabender geworden. Ich hatte das mal im Artikel, da hatte ich mal dieses China-USA, das dysfunktionale Duo, mal verglichen und habe da mal so ein bisschen provokant gesagt, ja, alle Menschen schimpfen über die USA rum, dass China der größte Gläubiger ist und den USA den Staatshaushalt finanziert über die Schulden. Da mag was dran sein, bloß lass uns das Ganze doch mal einen Strich machen und das Ganze cutten. Was haben wir dann? Dann haben wir Amerikaner, die schöne chinesische Produkte haben und Chinesen, die auf einem Berg von uneinbringbaren Forderungen sitzen. Ja, wer hat hier auf Sand gebaut? Doch wohl eher die Chinesen und nicht die Amerikaner. Und das ist das Gleiche. Und das gleiche Problem hat Deutschland im Endeffekt auch, dass da Deutschland, ich weiß es nicht, ich glaube sogar noch mehr Auslandsforderungen hat als China. Da müsste ich mir die Zahlen genau anschauen. Ja, aber es ist ja auch die Frage, was die dann mit den Dollars alles machen, die Chinesen. Und zum Beispiel in Sachen Energie, Geopolitik sind die ja ganz geschickt unterwegs eigentlich, wenn man sich das mal anschaut. Ja, sie haben doch keine Alternative, sie müssen es ja machen. Wohin soll sie mit den ganzen Dollars? Ja, seit der Finanzkrise ist die FED ja kräftig dabei, die amerikanischen Staatsschulden, also den amerikanischen Staat zu finanzieren, direkt und indirekt. Und da werden die Chinesen sozusagen gar nicht mehr gebraucht. Trotzdem haben sie immer noch diese gewaltigen Außenhandelsüberschüsse. Und ja, die wollen die Dollar ja nicht irgendwo in der verbotenen Stadt dort bunkern, sondern irgendwas müssen sie mit dem Geld machen. Und das ist vollkommen klar, dass sie da im Ausland verstärkt investieren müssen. Und die Chinesen sind ja auch nicht dämlich. Das machen sie natürlich dort auch am liebsten, wo sie Machtzuwachs haben. Und das ist natürlich auch wiederum eine direkte Folge dieser groben Außenhandelsunterschiede zwischen den verschiedenen Wirtschaftsräumen und Staaten. Ja, aber kommen wir noch mal kurz zum alternativen Journalismus zurück. Erzähl uns doch vielleicht mal, wie du überhaupt dahingekommen bist, in dem Feld dich zu betätigen. Ja, ach Gott. Also ich hatte, eigentlich hatte ich so nach dem Studium sozusagen auf der dunklen Seite der Macht, nein, das ist jetzt Quatsch, aber ich habe auf der anderen Seite angefangen. Also sprich, eigentlich war ich eher so im PR-Bereich als Unternehmenssprecher. Und da hatte dann aber irgendwann einfach keine Lust mehr gehabt auf diesen klassischen Nine-to-Five-Job, der jetzt auch nicht so wirklich neu ist und vor allen Dingen nichts Herausforderndes bietet. Und ich hatte dann nebenbei schon aus purer Langeweile hatte ich als, hatte ich mir als freier Journalist die ersten Sporen verdient. Und irgendwann habe ich dann ganz einfach mal diesen Job geschmissen und bin dann hauptberuflicher freier Journalist geworden, dann auch Blogger. Ist klar, weil als freier Journalist, du kennst das ja, man kriegt nicht jeden Artikel verkauft und es ist ja auch zu schade für die schönen Artikel, dass sie irgendwie ins Altpapier wandern und da bietet ein Blog ja eine hervorragende Möglichkeit, die Artikel, die keiner kaufen will, zu publizieren. Ja, und so ist alles angefangen. Hat sich dann natürlich Jahre weiterentwickelt, ist klar. Und jetzt ist es ja so, dass immer mehr Blogs oder Leute den Weg des Bloggers gehen. Wie siehst du da die Entwicklung, wenn das jetzt, sagen wir mal, so im Themenbereich Politik, Wirtschaft, Finanzen sich ausdrückt? Finde ich sehr gut. Ich registriere auch. Vor zwei, drei Jahren habe ich da mal so eine Durststrecke gesehen im Nest. Also da war es so, dass jetzt die Qualität, nicht nur die Qualität, sondern auch die Qualität der Blogs nicht unbedingt zunahmen, um es mal freundlich zu sagen. Aber mittlerweile hat es dann deutlich ein Turnaround gegeben, gerade eben in dem Bereich, den ich so überblicke, also sprich Wirtschaft, Finanz und Soziales. Da hat es in den letzten Jahren jede Menge sehr gute neue Blogs gegeben, die äußerst lesenswert sind und auch quantitativ immer mehr Leser auf sich ziehen. Also da bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung und durchaus optimistisch. Und wie sieht es mit der Wirkung aus? Ja, das Problem ist, diese Wirkung kann man, es gibt keine Anhaltspunkte, die jetzt zu messen. Aber wenn wir mal beispielsweise so etwas nehmen wie den Protest gegen Stuttgart 21, wo als Informations- und Mobilisierungsmedium fast ausschließlich Blogs und soziale Netzwerke eingesetzt wurden, sieht man schon, also dass der Sprung jetzt vom rein Virtuellen ins Reale durchaus geschafft wurde. und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch viele kleine Punkte. Und beim Mainstream-Journalismus siehst du mehr so eine Verbreitung der Public Relations? Da bin ich auch mal gespannt, wie lange das die angestellten Journalisten mit sich machen lassen. Denn es sind ja nicht jetzt nicht nur die Blogger und ein Teil der Leser, die auf die Entwicklung der Mainstream-Medien schimpfen, sondern ein Großteil der Kritiker sind auch die Journalisten selbst, die bei diesen Medien beschäftigt sind. Und ja, also da bin ich mir wirklich gespannt, in welche Richtung das geht. Ja. Lass mich dich zuletzt fragen. Wir hatten ja das Glück angesprochen. Wie machst du dich selber glücklich von Zeit zu Zeit? Oh, paradoxerweise, indem ich den Computer Computer sein lasse, das Netz Netz sein lasse und mich im Real Life mal ein wenig entspanne. Hey, das ist auch eine gute Formel, die ich beherzige. Ich gehe dann gerne auch in den deutschen Wald. Richtig? Ja, ja. Also richtig so in den Wald. Mit Hund? Nee, mit Hund nicht. Nee, nee. Ich habe keine Angst. Ich brauche den nicht. Nee, nee. Aber ich gehe dann auch gerne spazieren und unterhalte mich bisweilen auch mit den Bäumen. Die widersprechen nicht. Ich unterhalte mich mit dem Hund, aber ansonsten, ja. Ach so. Ja, gut. Der widerspricht aber auch nicht, also das passt schon. Ja, das stimmt. Okay. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ja, ich danke euch für die schöne Sendung und sorry, dass wir uns da mit den Terminen so ein bisschen verpasst haben. Aber das macht nichts. Okay. Ja, genau. Das macht überhaupt nichts. Ja, liebe Zuhörer, Freunde des Jungle Drum Radio, ich danke euch für eure Teilnahme als Zuhörer. Und am Sonntag ist, wie gesagt, Wahlen. Sag mal, Jens, noch ein letztes, vielleicht so Ja oder Nein. Egal, wie die Wahl ausgeht, wer da der Sieger wirklich ist oder der Verlierer, der Souverän, das Volk, ist schon der Verlierer? Ja, eigentlich schon, da es zumindest schon feststeht, wer uns die nächsten vier Jahre regiert. und ja, zu Madame Merkel habe ich ja schon einiges gesagt, also wir sind garantiert nicht die Gewinner. Okay. Ja, dann lassen wir uns vor Mutti die nächsten vier Jahre bewirten und ich sage euch jetzt auf Wiedersehen hören und dann geht's jetzt ab mit der Musik. Ciao. Ciao. Heute, da die Nachrichten zu jedem Erdling reisen und mit nie gekannter Geschwindigkeit die Welt umkreisen, da wir auf Nordeaay wieder unseren Urlaub verbringen, nachdem wir in Gurdela Chaya die Vögel bereits hörten singen, da der Mensch mehr kann, als er beherrscht und versteht und die rasende Zeit in einen Zustand des Stillstands übergeht. Da manch einer sich fragt, wohin mit all den Milliarden, während anderer Zeitgenossen die viel profaneren Sorgen plagen. Da wir so viel wissen könnten wie keine Generation zuvor und doch so bildungsarm sind gleich dem ärmsten Tor. Da kleine Kinder verschwinden nur um Tod wieder aufzutauchen, in der sich Erwachsene en masse das bisschen Verstand wegsaufen. Da wir schädlichsten Einfluss auf das Klima nehmen und uns nach einer Deus Ex Machina sehnen. Da man nicht mehr zu sagen vermag, die Erde wird ewig bestehen, sofern sie noch heute kann in atomarem Feuer vergehen. Heute lass ich es bewenden mit dem Gedichte schreiben, vielleicht wird mich das weniger Denken zum Glück verleiten. Das ist auch ein Film. Das ist ja auch ein Film. Das ist ja auch ein Film. Das ist eine Film. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020